Wer wird die Nachfolgerin von Jelena Förster, der noch amtierenden Bad Willinger Blumenkönigin? Eine Vorentscheidung in dieser Frage fiel am Dienstagabend in der Wandelhalle der Badestadt. Fünf junge Frauen stellten sich dort den Fragen von Moderator Thomas Korte und dem Urteil einer Jury. Michaela Nagel aus Altwillungen, die Hunsdorferin Julia Weid und Rebecca Tarnow aus Mandern schafften schließlich den Einzug in das Finale, das am Samstag 8. Mai an der Wandelhalle über die Bühne gehen wird. Nicht nur optisch hinterließen alle Kandidatinnen einen guten Eindruck. Auch in Sachen Ausstrahlung, Spontanität und Redegewandtheit überzeugten sie. Auf der Bühne mussten alle Kandidaten fünf verschiedene Blumen bestimmen und fünf Quizfragen über Bad Wildungen beantworten.